Es lohnt sich, diesen VW einmal näher anzuschauen. In diesem Auto finden Sie einen Benzinmotor und eine Automatik. In diesem VW verfügen Sie über eine Klimaautomatik, einen Regensensor und Servolenkung. Sind Sie neugierig geworden? Dann rufen Sie uns schnell an, um sich das Auto anzusehen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017